Bei uns ist Stefanie Köhle, werden wir noch Juli Mancuso sehen. Zur Zeit auf Rang 7. Im vergangenen Jahr haben Sie sich im zweiten Durchgang mit zweitbester Laufzeit von 21 auf 11 verbessern können. Heute von 29 auf. Das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß es nicht. Nein, ich habe im ersten Durchgang schon sehr viel Rückstand gehabt. Verbessern war ich mir, das ist mir klar, aber wie weit vorne es geht, weiß ich noch nicht. Ist es schon wieder so rippig? Nein, jetzt war es viel besser. Im ersten Durchgang kann man mich sicher ein bisschen beeinflussen lassen von den Querschlägen. Aber jetzt habe ich natürlich Autobahn gehabt und das ist ein Hammer. Danke. Bitte. Autobahn heißt natürlich nicht, dass Tempo 130 als Speed Limit gilt. Anja Persson unterwegs und hat den Vorsprung ausgebaut auf 43 Hundertstel Sekunden.